Das war so klar. Ich mach's nicht. Ich hätt's die ganze Zeit machen können. Die ganze Zeit. Und ich bin ein netter Mensch. Awww. Wieso hab ich so 30 FPS? Du sagst immer, wir wollen diese ganzen Challenges möglichst schnell bänden. Und dann schlägst du mich immer ganz kurz vom Ziel runter. Wie immer. Ja, das verstehe ich voll irgendein ganz. Verstehst du nicht, weil du ein Spast bist. Ich nehm nie wieder mehr auf. Oh, ich hab gefällt. Was hab ich denn jetzt gemacht, bitte? Wenn ich natürlich Vorsprung hab, dann fail ich natürlich selber. Jetzt komm ich hier wendig runter. Oh, die Regel finde ich gut mit dem Runterschlagen. Oh, gotcha. Alter, die letzten paar Sprünge, die sind so asozial. Viel Spaß dir. Jetzt kommt schon einer, gleich. Jetzt, gleich. So. Alter. So. So. Ja, wir sind schon. Hu, hu, hu. ich würde sagen, Florian ist noch mit der Challenge beschäftigt das fand ich jetzt gut am Ende, du konntest, du durftest mich nicht mehr runterschlagen da wäre ich eh nicht hochgekommen aber ich denke, hier unten wäre es dran gekommen, auf jeden Fall ich wette, du hättest es gemacht der ist nur drei Block hoch, du hättest mich schlagen können Florian, gibst du die Challenge echt auf? nein okay, vier Challenge ist mehr als ich aufgegeben warte mal, ich habe noch nicht aufgegeben, ich komme dann nämlich, glaube ich, gar nicht hoch kannst du bis zu vier Bleck überspringen ne, nicht mit jedem Pferd ah gut, das stimmt das zählt als aufgegeben, auf jeden Fall Alter, wenn da ist der Reward schon mir dafür habe ich sie aufgegeben so ein Arschloch gib den Reward, gib den Reward, gib den Reward gib den Reward das war ein Special Reward das war kein Special Reward so, wo ist die 24 ich gebe den Reward, gib den Reward gib den Reward irgendwo gibt es was Geheimnis das ist das ist das richtig Danker die Konzentren damit nicht weiter ein Tauer ob es eigentlich das ist die Bund Nene das ist ein Spahn 40 ein Tauer und ein aus der Mitte sagt nicht dass das dieser Tauer ist bitte übernommen nein es ist er was ist da drin vier goldenen Äpfel und ein Hebel ich glaube den Hebel muss man auch platzieren oh Gott nein der ist echt schwer der wird immer schwerer nach oben und der ist eh riesig der Tauer wir hätten den Hebel machen müssen ist doch nicht so das fuck ach du scheiße man schaff diesen Führersprung hier nicht oh Gott oh Gott das 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 dann ist solche wohin an die leise die ja das habe ich geschafft ja nein ich hing dran ich hing dran ja nein ich hing dran ja warte mal ja damit du da hochkommst kann ich mich irgendwie im brand setzen oder vergiften darf ich mich vergiften nein aber das ist doch nur behinderung für mich also ist das nicht so schlimm ja damit du die gesamte challenge abkürzen kannst damit kann man nur bis zu drei blöcke hoch springen da der der assi sprung da ja okay der assi sprung alter ich bin von hier ausgesprungen das gibt es nicht wir haben ja diese schöne regel du bist so ein dreckhund ohne scheiß kann man denn nur so ein arschloch sein kann man einfach nur so überhaupt kein mitleid haben es macht so einen spaß dich zu reizen ja so einen spaß du bist doch so lieb machst das dann kaum bei mir ne ich bin ein social mensch ich will einfach nur diese challenges schaffen wenn ich so sagt ja ist mir eigentlich egal du schaffst aber ich schaff das deswegen schlage ich unbedingt rund meinst du so ja warte hätte ich den scheißen geschafft kann zwar scheiße heißen verpiss dich ein wusch es sch fee in die glaubt sie scheiß das werde ich sagen nimmt man druck fatze man gg schildern wundern er hat das katzen die als krebs da kam ich zu mann du hast mich runtergeschlagen obwohl du noch unter entstanden ist der tschild das mag diesen sprung nicht ist hoch